m ah nein nicht diese entgegner geht es könnte etwas deutsch muss leise sein diese entgegner sind scheiße stp 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 alter alter mach mal okay der letzte schwerste du hast noch eine form ich habe getroffen okay das könnte ein riesen desaster werden und es wird auch er hat versuch Nummer zwei dieser bin ich klein was schlecht sein könnte nein ich werde genau fast in den reingesprungen hey bleib stehen fettes Schwein pass auf gleich hust dich und pust euer haus weg wow 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 bro scheiße bis gleich versuch Nummer drei diesmal bin ich groß hab aber keine blume scheiße egal ich werde es trotzdem schaffen glaube ich komm doch her man ich huste und puste dich weg ey ah fuck oder du hustest und pustest mich weg halt 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 ha ha bitch so jetzt kommt der nächste spring arsch spring doch ha 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 küsst mich eh nicht ah nein 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 aha hier braucht man echt verdammt gute reflexe und verdammt gutes voraussehvermögen um die voraussehvermögen um die voraus zu sehen wo die hinspringen nein nein ich war doch schon so knapp vor dem ziel gleich versuch Nummer drei oder 30.000 Millionen es geht weiter das sind halt original die häuser auch aus der geschichte ein strohhaus ein holzhaus und ein steinhaus wer die geschichte von den drei kleinen schweinchen nicht kennt der weiß ich nicht es ist auf jeden fall sind auf jeden fall genau die häuser die man sieht ist zwar nur schwarz weiß aber man dürfte es erkennen spring hier nicht so blöd rum ey spring in der öffentlichkeit ist verboten laut officer mario ich war doch auf dem oh scheißspiel nächster versuch und ich bin immer noch nur klein und hab immer noch nur aber wenig chancen sie zu siegen und spring immer noch daneben okay ich glaube ich habe jetzt langsam eine strategie entwickelt oder auch nicht versuch Nummer 34 aber diesmal bin ich groß und hab sogar ein safestate direkt vor den gegnern gemacht was mir vorher nicht eingefallen ist verdammt das für immer ey diesmal biel ich euch aber ne richtige show hier aber ein gegner kämpfen müssen ja auch spannend sein sonst wäre es ja langweilig außerdem ja die fails bleiben drin weil dann habt ihr wenigstens was zu lachen ist zwar nicht gerade schön für mich aber egal spring doch fettes schwein ich bin immer noch groß und er ist der letzte ja come on bitch ja bitch tschuldigung es musste einfach sein weil mir sind keine anderen Wörter eingefallen das war stage 2 und es wird noch viele solche Momente geben an denen ich kurz vorm ausrasten bin aber egal ich hab's ja geschafft die tschuldigung 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 so weiter geht's ich musste mich äh kurz freuen zu städchen um morgen gehört es ist auch nicht gerade mein Lieblingsfeld tschuldigung ihr werdet doch sehen wieso uaah licht oh mein gott ich spring wieder in den Schatten ach besser nein oh mein gott ich spring auf dich drauf haha fall ins Ohr what the fuck what the geht hoch ah geh runter und geh weg minzios und ich glaube nach der stage hole ich mir erstmal was in dem Shop von dem ich euch am Anfang erzählt habe stirb oh ein Fliegerisch hahaha jetzt fliege ich einfach über eure Köpfe drüber und ihr könnt nichts dagegen tun äh na gut gehen wir hier hoch weißt du nicht was dich irgendwo erwartet aber es bestimmt toll oder auch nicht äh warum haben sie gerade die Geister drin gelassen meine Lieblingsgegner ja jetzt kann ich die Blöcke sehen jetzt nicht mehr jetzt kann ich sie sehen jetzt nicht mehr ok was gibt's hier hinten kann ich hier irgendwie raus ja kann ich sogar ich guck jetzt nicht nach was in diesen einzelnen äh Schachteln war ah ich hab schon wieder total vergessen ist die sich lösen und runterfallen und ganz da lauer machen komm schon geh in die Röhre rein und geh aus der Röhre raus allen Dingen wow 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 warum fallen die Gegner eigentlich so unnormal okay die Münzen sagen du sollst nach unten gehen und deswegen hören wir auf die Münzen und gehen nach unten und die Münzen sind sehr unfair gewesen nein nein boah das war knapp ich will nämlich die Belohnung haben boah he lol Belohnungszeit 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 und na ok das sieht jetzt nichts besonders aus ich freue mich trotzdem und Pumpkin Zone Nummer 2 und die Zungen sind auch verletzlich wenn man es glaubt oder NICHT die Regenschirmen sind auch tödlich glaubt oder glaubt nicht aber dieses ist Mario Land hier ist absolut alles tödlich jetzt weiß ich woher die Macher von Super äh ne von I Wanna Be A Guy ihre Ideen hatten äh ich glaube hier oben war irgendwas irgendwas cooles ich bin mir aber nicht mehr sicher was oh kann ich drauf gehen ein seltsam aussehender Geist ähm die Form des Geistes kommt mir irgendwoher bekannt vor ich glaube den habe ich schon mal in der vierten Klasse beim Aufklärungsunterricht gesehen ah egal äh was bist du wie einer everybody is kung fu fighting vielleicht kann ich das lied hier einfügen ne das ist ja Copyright geschützt wow scheiß jetzt hätte ich fast gesagt bis gleich so diesmal habe ich den Dicken hinter mir gelassen und widme mich den neuen Dicken und machen safe hier ah man nicht da sondern an der Glocke ach egal dann mache ich es eben auf natürlichste Art und Weise äh hä ok ich war gerade etwas verwirrt weil irgendwie egal äh unter Wasser das ist nicht euer Ernst oder ach komm ohne na gut aber ich habe auch kein Problem mit so so Pros wie ich stört das doch noch ach äh ja Prozent Prozent ach ha ha hat sich nicht mitgerechnet was Prozent warum kommst du dich hoch Moment was hier mein Leben mein Leben werde ich niemals auslassen was ist hier ein Tunnel Prozent meine Lieblingsstelle macht am meisten Spaß nein fliegerisch nein nein oh doch haha habe ich mir nicht noch gesichert ja die Zungen sind tödlich ich weiß deswegen werde ich auch nicht dran springen oh ein Stern aber ich will dann nicht dran ja ich kriege einfach über euch drüber was sagt die jetzt oh ok komm doch komm doch oh fettzack by the way ich habe nichts gegen dicke Leute na komm schon komm schon komm schon komm schon ja wie das ok diesmal habe ich nicht die Glocke ganz umgeholt aber egal Level Nummer drei ein Geist Cooper ich glaube den kann man nicht töten haha guckst du war haha sieh den Staub an den ich hinterlasse während ich vor dir wegrenne hahaha ich bin ja so gut haha ich bin ja so gut haha ähm naaa Feuer haha haha wajah oder wajaja 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 h oh äh, kann ich hier landen? ja, kann ich äh, runter, 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 runter und hoooouch und hooouch und hooouch hooouch angesprochen ist nix, aber ich würde mir machen trotzdem was Schaden ja nicht Blum diesmal hab ich's aber auf Leben abgesehen und das ist genau hier Genau das meine ich.